Willkommen zu einer neuen Mapvorstellung. Heute stellen wir die Nordagra 2015 Map vor, die noch in der Beta ist. Das heißt, wir gehen nicht zu streng mit der Map ins Gericht, sag ich mal. Was direkt auffällt, wenn man hier über den Hof latscht, ist, dass der Hof sehr weiträumig ist. Also ein ziemlich großer Hof mit viel Platz für verschiedene Fahrzeuge. Kann später im Spiel ja durchaus wichtig werden, wenn man einiges zu parken hat. Hier auch wieder so eine Halle wie in der letzten Map, in der Langenfeld Map war es glaube ich. Auch so eine Halle, wo eben die wichtigsten Sachen drinstehen. Und hier unser Feld. Jetzt gucken wir uns kurz die Karte an und sehen, das Ganze scheint keine umgebaute Björnholm oder Westbridge Hills Map zu sein, sondern eine komplett neue Map. Das ist ja nicht selbstverständlich, deswegen dafür schon mal ein großes Lob. Ja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal, bevor wir, oder wir gucken uns gerade kurz den Fuhrpark an. Das ist also hier ein New Holland Mähdrescher, der hier schon mit an Bord ist. Etwas schade ist noch, das wird aber sicherlich noch behoben, dass sich die Türen nicht öffnen. Das heißt, es gibt zwar Türen, aber man muss da eben so durchfahren. Aber wie gesagt, da bin ich ziemlich sicher, dass das noch behoben wird. Dann haben wir noch hier diesen, das Gewicht gleich mal mit, diesen Traktor und das war es glaube ich auch schon. Ja, also mehr Traktoren haben wir jetzt zu Beginn nicht. ist jetzt direkt, wenn man im Singleplayer spielt, eigentlich auch nicht nötig, wenn man eben nicht mit Helfern spielt. Aber gut, die Felder, das sieht man schon auf der Map und das werden wir jetzt gleich auch von oben sehen, sind sehr verschachtelt gebaut. Es gibt also hier das Problem, dass eventuell nicht der Helfer so gut da arbeiten kann, weil der ja, wie wir alle wissen, nicht besonders intelligent ist. Das war ja auch so ein Punkt auf der langen Feldmap. Da waren die Felder ziemlich klein und gespickt von so ein paar kleinen Elementen im Feld eben, zum Beispiel Strommasten und sowas. Deshalb. Aber, ähm, wenn man den Helfer geschickt einsetzt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der das auch hinkriegt. Also, wenn man den zum Beispiel hier starten lassen würde, an der Ecke, dann sollte es ja eigentlich ganz gut klappen. Ja, ähm, auf der Map über und über zu finden sind Seen. Also, ein riesiger See und hier noch, ähm, ein kleinerer See. Ich weiß nicht, ob da noch ein paar Seen sind, entdecke ich jetzt hier auf der Karte nicht. Äh, habe ich auch so, äh, im Test zuvor noch nicht entdeckt. Ähm, wir, also, es gibt auch hier nicht so ein richtiges Dorf. Hier ist halt jetzt eine Brücke, die sieht auch sehr hübsch aus, aber so, so ein richtiges, äh, äh, Dorf mit vielen Häusern und so, gibt es auf dieser Map so gesehen eigentlich nicht. Dafür eine hübsche Bahnstrecke. Wird sie hier gerade sehen. Habt ihr auch Züge fahren? Glaub ich nicht. Weiß ich aber nicht. Und, äh, ja, hier wieder Biogasanlage und das ganze Zeug. Da vorne so ein, so ein, so ein, so ein Dörfchen, ange, ähm, angedeutet, aber natürlich nicht so, also nicht besonders groß, das Dörfchen. Ja, und das ist im Prinzip im Großen und Ganzen die Map. Also sehr weitläufig, sehr flach und, ähm, große Felder, verschachtelte Felder und ein großer Hof mit wenig Startfahrzeugen. Das ist im Moment, wie gesagt, noch eine Beta. Vieles wird sich daran noch ändern, denke ich. Und, ähm, am Ende könnte das sicherlich eine ganz hübsche Map werden. Also, nur mal so nach dem, was man jetzt so schon gesehen hat, zu urteilen, ist das, glaube ich, eine Map mit Potenzial. Ja, und natürlich, also auch die ist wieder nicht so besonders groß, aber ich denke, groß genug für den normalen. Also, auf jeden Fall Singleplayer-mäßig ist das auf jeden Fall ausreichend. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst ein Kommentar da, lasst ein Like da. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Map-Vorstellung oder im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin sage ich Tschüss!